So liebe Leute, ich bin zur Zeit neuer Urlaub, aber ich muss jetzt sagen, ich freue mich schon wahnsinnig, weil die HEPF Hausmessen beginnt wieder 2022. Am 30.9. und 1.10. ist es wieder dabei. Ich muss sagen, dieses Jahr sind auch ihr mit dabei. Ich würde sagen, kommt vorbei, wird bestimmt ein Riesentaudium fest. Jetzt flogen wir Rauch, Essen, Rücken, Traum, also der Zeitpunkt wird einfach vorbei und passen.